Anne Wünsche 30 lässt sich nichts vorschreiben. Die Influencerin ist bekannt dafür, auch mal provokante Bilder im Netz zu posten. Erst vor wenigen Tagen teilte sie ein Foto, auf dem sie sich knapp bekleidet zeigt und ihren Babybauch präsentiert. Während die einen solche erotischen Pics feiern, muss Anne von anderer Seite Kritik einstecken. Das macht ihr aber nichts aus, wie sie jetzt mit einem neuen Posting bewies, die TV-Bekanntheit wies ihre Hater in die Schranken. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März teilte die einstige Berlin-Tag-Nacht-Darstellerin ein Foto mit ihren Followern auf Instagram. Darauf posierte sie sexy auf dem Bett und knipste sich in einem Spiegel. Anne trug dabei lediglich einen knappen String-Tanga und einen BH. Auch wenn sie wisse, dass viele Menschen solche Bilder als viel zu freizügig und billig bezeichnen würden, sei ihr das völlig egal. Ich mache mein Ding, egal, ob es dir gefällt oder nicht. Ich mache es, weil es mir gefällt, betonte sie und fügte hinzu. Ich liebe es, eine Frau zu sein. Von dem Babybauch der 30-Jährigen ist auf dem heißen Schnappschuss nicht viel zu erkennen, immerhin sitzt sie mit dem Rücken zum Spiegel bzw. zur Kameragewand. Dass der schon ziemlich rund ist, zeigte sie zuletzt aber immer wieder. Wo kommt die Murmel denn auf einmal her? Wunderte sie sich im Februar selbst über die stetig wachsende Kugel, die sie auf Social Media in Szene setzte. Wunderte sie sich im Februar selbst über die Schnappschuss nicht mehr.